Das ist die geile Jenny, Jenny ist heute im Club Sie ist total besoffen, wirft die Hände in die Luft Sie reibt sich an dich ran, reibt dich wie ne Wunderlampe Ihr kennt sie alle gut, jeder kennt die Disco-Schlampe Sie geht hinauf zum DJ, schützt dich was von DJ Keta Er tut ihr den Gefallen, die Bezahlung kriegt es später Er dreht die Wand auf Max, so dass die Busturbiert Sie stellt sich genau davor, denn sie Busturbiert DJ mach mal lauter, dann wird es noch versauter Ich find es geil, so geil mit dem was zu kommen Mit Bessen zum Orgasmus, das ist ein Obasmus Dieser Bass hat mich richtig heftig angenommen DJ mach mal lauter, dann wird es noch versauter Ich find es geil, so geil mit dem was zu kommen Mit Bessen zum Orgasmus, das ist ein Obasmus Ah, dieser Bass hat mich richtig heftig angenommen Ich find es geil, so geil mit dem was zu kommen Denn sie Busturbiert Ich find es geil, so geil mit dem was zu kommen Das, das, das ist die geile Moni Moni ist Nymphoman, statt bekannte Hobby-Hure Jeder durfte schon mal ran Doch jetzt hat sie was Neues Sie hat es gleich gecheckt Denn sie hat entdeckt, wie viel Porno in den Boxen steckt Sie sitzt allein im Auto, sie kann sich auch selbst verwöhnen Scheiben sind beschlagen, Akustik raus spielt sie zu stöhnen Sie dreht den was auf Max, so dass das Blech vibriert Deine Bies auf volles Rohr Und sie Busturbiert Ah, dieser Bass hat mich richtig heftig angenommen DJ mach mal lauter, dann wird es noch versauter Ich find es geil, so geil mit dem was zu kommen Mit Bessen zum Orgasmus, das ist ein Obasmus Ah, dieser Bass hat mich richtig heftig angenommen DJ mach mal lauter, dann wird es noch versauter Ich find es geil, so geil mit dem was zu kommen Mit Bessen zum Orgasmus, das ist ein Obasmus Richtig heftig angenommen Und wir Busturbieren Geil mit dem was zu kommen Das ist ein Obasmus Wir benehmen uns krass daneben Wir benehmen uns sonderbar Jeder trefft mit jedem Heute ist jedermal ein Porno-Star Wir drehen den was auf Max Die Boxen sollen vibrieren Und wir Busturbieren Das ist ein Obasmus Das ist ein Obasmus Der sagte, so geil mit dem was zu kommen Untertitelung des ZDF, 2020